Und da sind wir wieder zurück bei Trine 2 mit der wundervollen Gaula und dem gefürchteten und doch zauberhaften Vox. Haha, danke, hallo. Und mir, der hier momentan als einzige Frau anwesende Person Lyriax. Glücklicherweise nur im Spiel. Ich bin der kräftige Pontius mit einem Flammenschwert. Ja, ich bin hier noch am Zaubern. Ja, da hast du doch gleich. Du hast die jetzt. Und los geht es. Aber guck mal, ich habe jetzt davon, jetzt habe ich trotzdem noch 27 Erfahrungen. Ja, und ich habe 31. Aber, ja, aber das hat mir dann scheinbar nichts gebracht. Dann sind das nur diese Dinger hier oben, die Pontius sich gerade abgestaubt hat. Die Zahnräder, die Flaschen nicht. Scheinbar. Okay, ja. Komm schon, Suja. Und alle kommen drüber und ich bin noch mal hinten. Nein, nein. Lass du den mal liegen. Na, na, na. Gib den her. Ach. Lässt du den mal liegen. Ja, ich... Naja. Hm. Und du? Wir müssen dieses Ding von da oben runter holen, das muss der Zauberer tun. Ach, guck mal, der Zauberer hat sich hier oben gerade schon wieder verselbstständigt. Ah, klammheimlich. Ja. Ich hole mir jetzt alle Punkte, die es hier noch gibt. Deswegen hast du nichts gesagt. Ich komme hier nicht weiter, weil der Dicke nichts kann. Was ist er mit seinem Flammenschwert? So, hast du... Guck jetzt mal, hast du mehr Erfahrungspunkte jetzt? Nee. Ich hab 28. Ich hab 31. Ich hab 27. Ach, das... Wieso? Also so viel wie vorher. Vielleicht sammeln wir nur für sie, weil sie ein bisschen nicht daherhängt. Vielleicht. Das kann sein, ja. Warum nicht? Dass wir alle auf einem Level sind. Ja, das wird Sinn machen. Das wird Sinn machen, vor allem deswegen, weil du dann halt bisher noch gar nichts bekommen hast. Ja. Na ja. Ups. Gut für mich. Oh, du bist gestorben. Wie schön. Komm schon, Zauberer. Du musst dir die Kisten runterholen. Wieso? Die liegen auch ganz gut da. Wir brauchen hier... Wir brauchen hier noch jemanden. Hier oben ist noch einer... Eine Flasche und die kriege ich nicht. Die müssen so weggepolzt werden. Ich bin auch tot. Hey. Och. Ah, Mann. Yay. Bin so schlecht im Springen. Habt ihr gesehen, wie man es macht. Die Flasche da oben. Mano. Aber ich bin der Meinung, dass ich die sonst immer... mit den Kisten bewegen konnte, die Flaschen. So geht's auch. Und da ist noch einer. Opa. Hoppala, nicht aufgepasst. Pontius, holst du nochmal den Vox raus? Na gut. Oh. Ich will da die Dinger basteln. Gaula ist der lebende Respawn-Punkt. Können ja sonst nix. Ich häng' hier so ein bisschen ab. Ja, okay. Das ist einfach Fummelei immer. Ich hab auch nach den Sessions hier immer total die Handkrämpfe. Ich bin einfach kein Nentino-Kid gewesen. Weißt du? So, jetzt hol ich das da kaputt, so. Perfekt. Und ich bin erstmal gestorben. Aber jetzt ist es da unten. Es liegt da. Ihr müsst es einfach nur einsammeln. Wo ist es? Da unter diesem... Unter der Fleißer jetzt. Ja, ich hab es. Ich hab es. Schnell runter, bevor wir alle drei sterben und das Spiel vorbei ist. Ich sag's schon, Komma. Wer hat euch gerettet? Peinlich. Ja, schlimm. Ganz schlimm. Pontius. Haben wir da jetzt alles? Wir müssen diese Kisten da... Oh. Oh, wow. Ähm. Da ist noch eine Kiste. Nooo, nein. Der hat mich eingestellt. Nein, du gesperrt. Tot. Besten Wege, um Pontius umzubringen. Huch. Ah ja. Hm. Ah, ihr seid aber auch fix, ey. Wir wollen die... Dinger einsammeln. Aber ich... Mach mal diese... Mach mal diese... Man kommt nicht... Doch, man kommt zurück. Du hast ein Sammlergedicht gefunden. Ah, da ist man ja da. Äh, ich muss es cake trinken. Der Schwester Talent, mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen. Da werden wir neun. Da gibt ganz viel Sinn. Ja. Ja, die hat jetzt jemand ein Hebel benutzt. Du hast ein Hebel benutzt. Steht hier bei mir im... Im Mittel des... Du Schwein, ich töte es und du... Staubst du dir alles ab. Nee, damit doch eh alle für mich. Also kein Neid. Ups, da sollte es nicht hin. Ah, hat ja fast geklappt. Ah, ich erinnere mich. Ja. Woran? An dieses... An diese Stelle her. Da haben wir ewig gebraucht. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Komm nicht hoch. Ich auch nicht. Du bist zu weit. Rübergekommen. Ihr könnt auch sterben und ich belebe euch der anderen Seite wieder. Das ist doch ganz einfach einfach hochlaufen. Und ihr nehmt die Kiste, ihr hattet ne Kiste da unten. Ihr habt euch ne Kiste gezaubert. Ja. Die zweite Kiste. Ja. Und dann, zack. Und wie kommen wir auf die zweite Kiste? Das ist doch schön bei diesem... An diesem... Ja, ist das denn Schwerkraftsboost oder so? Aha. Das sah höchst elegant aus, wie du das gemacht hast. Ja. Will ich mit mal auf mich springen? Okay, eins hab ich. Was war das denn? Haben wir das vielleicht auch damit gemacht? Levelaufstieg. Ja. Sehr schön. Levelaufstieg. Hier ist ne Orkmeute, die ich gerade töten muss. Ja, wir kommen gleich. Alles klar, ich freu mich schon mal auf euch. Ich hätte es Poncius' Time. Ja, das war glücklicherweise der Richtige, der da drüben bin. So am fail. Da ist irgendwo raus, ja. Ja, aber da sind auch Stacheln. Wo sind da Stacheln? Na, da. Ach, da. Das krieg ich, das krieg ich. Ja, du musst, ähm... Der Zauberer... Ah, sehr gut. Soja, die Herrliche. Na, was musst du dir denn für ein interessantes Konstrukt? Das hast du sehr schön gemacht. Ah, warte mal. Ich mach mal hier so ein bisschen... Huuu. Plupp. Hat jemand schon diesen Hebel verdient? Ne? Äh... Andersrum, andersrum, Zauberer. Wieso? Nein, hier kommen dann so Bläschen raus. Ach so. Wenn man die Luft ins Wasser leitet. Aber die gehen da zur falschen Richtung. Ja, das ist nur, weil wir jetzt da so im Weg standen. Ach so. So, dann kann man hier noch so... Oh, Entschuldigung. Hau nur alles kaputt. Weißt du? Gerne, gerne. Tja, es gibt halt die Leute, die hauen den Roll drauf und es gibt die Leute, die... Ach, das war gehollt. Ja. Super. Weißt du, da gibt man sich alle Mühe. Und jemand anders nutzt das aus. Auch. Das Ding ja auf den Kopf. Na, Pontius ist da. Ja, aber ich falle. Oh. Ich komm hier nicht. Gehst du, ich nehme das weiter. Jaja, ich nehme das weiter. Hier ist magisches Wasser. Vielleicht kriegen wir Riesen-Erdbeeren. Hier ist magisches Wasser. Bleib nochmal da, sonst sieht's ja niemand, was du da machst. Große Frische. Hi. Ich... Ach. Ich darf auch mal was einsammeln. Nein. Entschuldigung. Du bist beide da runtergefallen. Ja. Aber ich bin nicht ganz unten. Du darfst was einsammeln. Ich bin dein Berger. Nein. Ach, ich wusste nicht, dass die wieder zerblatzt. Jetzt bin ich nicht ganz unten. Oh Gott. Das dauert wieder ewig. Ich hab immer noch 32 Punkte. Okay. Nein. Ich bin auch wieder ganz unten. Oh Gott. Das dauert wieder ewig. Ich find, die sollten irgendwie eine Fähigkeit kriegen, dass diese Dinger schneller hochfahren. Da braucht man die Hälfte seiner Zeit hier. Ich nehm mal ne Dusche, bis ihr da seid, ja. Du kannst halt immer versuchen, die anderen Dinger hochzukriegen. Ach was. Wieso platzt die denn so früh? Ist ja dein Dinger. Wir sind doch noch da. Da. Sind da noch so Dinger. Ich weiß, das ist sehr präzise. Links. Seh ich nicht. Ach da. Ja, okay. Ich hab's. Ich hab's gekriegt. Ich hab's. Den bin ich so hingefallen. Den bin ich so hingefallen. Wie? Noch eins? Ja. Ein großes war er noch. Hab ich bekommen. Ich gesehen. Ui. Ah, hast du's bekommen? Ah, hast du's bekommen? Ja. Ah, perfekt. Ach so, ich wollt ja die Dusche Elbe erst rum. Ja. Hier der Dicke muss auf die andere Seite. Cool, ja. Ah, ich bin eigentlich dicker als der Magier. Ein Baum. Er hat nur starke Knochen. Sehr schön. Praktischerweise formt er auch eine Treppe. Das ist nur noch... Das schaffen wir im richtigen Moment drauf zu drücken. Ah, jetzt. Bei einem Jump'n'Run-Spiel von Vorteilen. Ja, ich bin da überhaupt nicht so, ne? Also bei Super Mario, da ist immer Game Over in Welt 1. Haha, das kenn ich. Das sind ja genau die Richtigen. Tja. Wir sind halt eher die Rätsel-Leute. Ja, und nicht mal das. Haha, das wird so lange Gewehe brauchen. Und ich bin tot. Sehr schön. Ich hab ja noch so ein Fläschchen gefunden. Gaula hat schon wieder ein Level-Up-Schweinerei. Hier oben, lieg's oben, ist nix mehr. Nee, nee, da hab ich noch was. Ganz umsonst hochgesprungen. Juhu. Unten hab ich alles eingesammelt. Au. Wirklich, wir verlassen uns da drauf. Ich bin tot. Ich auch. Amateur. Gleich nochmal. Du warst auch tot, oder? Ist egal, ich hab jetzt überlebt. Kann man nicht hier so irgendwie... Die Dinger so ein bisschen... Eine schlechte Idee. Man kann ja auch da durchspringen. Man kann ja auch springen, wenn die gerade nicht, ähm... Weißt du, so. Ich bin gestorben. Ich bin da drüben direkt gestorben. Gut gemacht. Was war das denn hier? Der hier war doch. So. Naja, das hatte auch einen Grund, warum ich da drüben gestorben bin. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Ich bin direkt hinter Vox gestorben. Schön. Ich hab's geschafft. Könnt schon mal jemand mal schnell rüber gehen und, äh, mich nochmal überleben. Äh, wieder überleben. Nein. Mist. Dann werd ich das Ganze wohl von der Zuschauerbank verholen. Äh. Ja, mach das. Ich mach hier alle Typen platt. Total gut. Sehr cool. Die geben sogar irgendwelchen Kram jetzt, ne? Alter, lass ihn. Ah. Ah, der lebt ja noch. Schade. Ups. Jetzt hab ich hier aber auch Erfahrung 30. Ja, ich hab 34. Oh. Mit meinen letzten Kräften. Ich bin fast gestorben. Oh. Tja. Ja. Er lacht dabei auch noch so, Kirre. Der Ork. Du bist, the last survivor. Okay. Wär jetzt gut nicht zu sterben, ne? Ja. Das hätte, hätte den allen oder anderen Vorteil, das stimmt. Und hier ist kein so ne... Wiederbelebnis Ding. Du musst noch ein bisschen hüpfen. Oh. Oha. Los. Ja. Nicht jetzt. Aber, 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 aber. Jetzt, 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 jetzt. Und jetzt? Ja. Wir haben uns alle errettet. Ich glaub, da war da noch was. Wo jetzt? Links jetzt. Also ich dachte, dass ich vielleicht was übersehen hatte. Aber vielleicht auch nicht. Guck mal, da kommt diese Vase rübergefischt. Wie lustig. Jetzt fällt sie runter. Oh, da muss das Wasser hin. Da unten. Da klitzert es nämlich. Ja. Wir müssen nur erstmal Wasser irgendwie hier in Gang setzen. Wie war das denn nochmal? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Haben wir das schon gemacht? Ja, das hatten wir mal gemacht. Ich kenn's auch nicht. Ah, das hat irgendwas noch mit oben zu tun. Irgendwann war doch ein Hebel oder so. Kann das sein? Wir müssen nur wieder rüberkommen. Ja. Hm. Hm. Nur wie. Mhm. Mit Zauberei. Würde ich jetzt sowieso sagen. Ja. Mit Zauberei klingt immer gut. Guck mal, ich mach hier mir mal einfach so'n, so'n Sprung-Ding. Nein. Ja. Ja. Jetzt machst du die Blase. Wisst ihr warum? Guck mal, die Blase hat nämlich das Wasser aufgehalten. Jetzt kommt das Wasser. Wegen der Schwerkraft. Das Wasser lief nicht runter. Okay. Und nun? Die behindern sich gegenseitig. Nein, nein, das ist schon alles richtig. Genau. Pontius muss auf die linke Seite, da wo der Zauberer ist. Und, äh, genau. Und der Zauberer muss das Blatt ein bisschen. Lass mich doch mal hier. Lass mich doch mal hier. Hier oben. Irgendeiner. Du musst nur noch das Blatt in unsere Richtung schieben. Ich? Achso. Ja. Ich hab hier eine ganz eigene Agenda. Irgendwie da oben. Was machst du denn da oben schon wieder? Ja. Ui. Jetzt schon. Ja, ja, ja. Kommt schon, kommt schon. Ja. Und? Was kommt da raus? Ich wär aber oben mit meinem, mit meiner Brücke auch rübergekommen. Guck. Ich hatte hier schon. Jetzt schiebt sie die Kisse. Ja. Juhi. Was sollte denn das? Mit der Brücke? Naja. Ja. Ich glaub da muss einer Bridge Simulator spielen, ne? Wupp. Komm mal. Oh. Ähm. Kommt ihr bitte schnell? Ja. Au. Tot. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Könnt ihr nicht bitte vorher? Ich will. Ah. Noch einer. Schieß den ab. Du. Äh. Hier gibt's doch gar nix wieder zu beleben. Er hat mich mit einem Schlag. Ist so schlecht. Hat er mich erwischt. Äh. Bevor wir jetzt den Endgegner machen, wollen wir da vielleicht nochmal eine kurze Pause einlegen? Ähm. Wie Pause? Oder wie ist die Zeit? Wie Pause? Naja, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Ja. Dann lass das doch machen. Und dann kommt dann in der nächsten, ganz Cliffhanger mäßig, kommt der Bosskampf. Der Bosskampf. Aber wir sind nach dem Boss mit dem Level fertig. Ja. Lass uns das doch noch probieren. Weißt du? Ja. Würde ich auch sagen. Komm nicht auf dieses blöde Blatt. Ich auch nicht mehr. Ach. Hier. Anni, ich kann's nicht rüberziehen. Der Zauberer muss uns helfen. Guck mal. Geht das so? Seit wann hast du denn diese Riesendinger? Dankeschön. Tja, puh. Weiß nicht. Ihr lasst uns mal zusammen da runterfallen. Ähm. Ja. Auf geht's. Jippie. Wow. Juuu. Upsi. Immer springen, wenn er mit deiner Keule widelt. Ohne, da bin ich tot. Da kann irgendwer ein Hebel benutzen. Er ist down. Er ist down. Er ist down. Das ging ja schnell. Guck mal. Aber wie werden sie wohl mit der Hexe fertig? Oh, eine Hexe. Also hier kann ich ja nochmal kleinen Spoiler-Alert machen, dass als wir Voxi und ich das gespielt haben. Da haben wir gefühlte drei Jahre gebraucht, bis wir den getötet haben. Er hattet halt nicht mich dabei. Ja. Und vor allem kein Feuerschwert hier. Ich glaube auch. Naja, okay. Auf geht's. Auf geht's. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet da durch. Was ist das für ein Apparat? Ah. Ähm. Ich könnte den bewegen als Zauberer. Ich auch. Guck. Aber vielleicht hattest du vorher drauf springen. Du musst vor allem gucken, dass uns das nicht... Wollen wir mit Preussi machen? Jo. Ja. Okay. Okay. Dann sagen wir Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja.